Etwas skeptisch ist sein Blick, die Angst steht ihm ins Gesicht geschrieben. Doch Wettschulden sind Ehrenschulden und deshalb gibt es für Matthias Tür auf kein Zurück. Innerhalb von nur fünf Monaten haben die Sportvereine im bayerischen Schwabach 500 neue Mitglieder geworben. Weil ihr Oberbürgermeister ihnen das nicht zugetraut hat, muss er sich nun vom 40 Meter hohen Kirchturm abseilen. Ja, der Puls steigt, aber irgendwo freue ich mich jetzt auch, dass ich jetzt dann runterkomme. Dass ich es dann hinterher geschafft habe, Vorfreude ist groß. Erst vorsichtig, dann immer sicherer tastet sich Tür auf an der Wand hinab. Es wirkt fast so, als habe der Politiker nie etwas anderes gemacht. Unten angekommen hat er sogar noch Kraft übrig, um Süßigkeiten an Kinder zu verteilen. Erleichtert ist der Held des Tages dennoch. Wie ist es danach jetzt? Super, also sehr entspannt jetzt. Und wie hat es das wieder gemacht? Ja, das war nichts, also es hat mir Spaß gemacht. Das Bad in der Menge hat Tür auf sich verdient. Dennoch wird er demnächst wohl etwas vorsichtiger sein, wenn er sich wieder auf eine Wette einlässt.